Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Zelda, Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch natürlich wieder. Wir machen natürlich hier weiter, wo wir im letzten Part aufgehört hatten. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall zum Hülya Berg, sind immer noch auf dem vergessenen Plateau. Wenn wir nochmal auf die Karte schauen, hier haben wir auch diesen einen Schrein gemacht gehabt. Hier an der Ecke ist es ja der Ryogok-Schrein am Ende des letzten Parts. Ja, schauen wie gesagt, was wir auch gesagt hatten, hier einmal hoch. Das heißt, Richtung Hülya Berg, unten im Abgrund. Beim vergessenen Plateau waren wir schon auch der Schrein des Lebens und so. Da haben wir alles erkundet. Mega, mega cool übrigens, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ja, schauen wir mal, was uns hier auf dem Hülya Berg erwartet. Ich bin schon mega, mega gespannt, ob sich hier noch irgendwie sehr viel verändert hat in Tears of the Kingdom. Demnächst können wir natürlich auch schauen, dass wir das letzte Gebiet aufdecken. Und das Heldenschwert, das Masterschwert müssen wir auch immer noch holen. Hier würde ich sagen, schauen wir mal, es regnet im Moment noch. Dann würde ich sagen, kletter ich erstmal nicht da oben hoch. Krok scheint da auch nicht zu sein. Müsste ja, wenn dann, höchste Truhe sein da oben auf dieser Säule. Dann fliegt schon wieder so eine Donnerdrache, beziehungsweise eine Weißdrache ist. Also okay. Haben wir auch schon fotografiert. Ja, wie gesagt, schauen wir erstmal zum Hülya Berg. Vielleicht haben wir hier sogar einen Schrein, was natürlich auch sehr cool wäre. Wenn wir noch mal schauen, dann müsste man ja hier über den Totenfluss rüber. An den kann ich mich auch noch sehr gut in Brassos und Wald erinnern. Hier unten sieht man auch die Ecke. Hier hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert bis jetzt. Zumindest hier an der Ecke. Schauen wir mal rüber. Winter Bumps haben wir an, beziehungsweise das Gewand der Orni. Können wir mal da eigentlich so rüber, oder? Obwohl, nee, das war ja Eiswasser hier. Wo man erfriert, glaube ich, ne? Das heißt, einmal mit der Ultra Hand direkt hier so die Brücke rüber bauen. Direkt verbinden. Und einmal so rüber, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man hier ins Wasser geht, dann erfriert man direkt, oder? Zumindest glaube ich das im Moment. Okay, so weit sind wir zumindest hier am Totenfluss gerade, ne? War hier eigentlich irgendwas Interessantes, dann kommt das Vieh noch. Wo ist das Vieh? War hier und spuckt hier so ein paar Teile gerade, so ein paar Steine. Also das ist ja, den lasse ich erstmal. Ich möchte eigentlich direkt hoch zum Hüliaberg. Schauen wir erstmal hoch hier. Da ist auch irgendwie so ein Teich, beziehungsweise so ein See hier oben auf dem Gebirge da oben. Auf der Karte ist es da zu sehen. Also hier am Totenfluss, wie gesagt, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert bis jetzt, okay? Ja, im letzten Part, wie gesagt, waren wir auch im Untergrund, im Schrein des Lebens und so. Mega cool eigentlich. Da haben wir sogar eine neue Bauplan-Steinenplatte bekommen. Auch mega geil. Und in einen Schrein haben wir gemacht gehabt. Bin mal gespannt, ob hier noch mehr Schreine sind. Ich würde sagen, hier klettere ich mal hoch. Ja, den Abgrund übrigens, die Abgründe müssen wir nicht reinbauen. Wir waren ja im Südabgrund, kaum vergessen im Plateau. Und das ist da unten alles verbunden, kann man sagen eigentlich. Das wäre jetzt da reinspringen hier oben bei dem. Wäre eigentlich sinnlos, oder? Hier schauen wir erstmal, zumindest wie der heißt, können wir schauen. Das wäre der Westabgrund am vergessenen Plateau. Die Frage ist, führt da irgendwo anders hin? Ich glaube nicht, nur. Aber wir sind da, wie gesagt, unten rumgerannt und hier ist er der Abgrund. Das heißt, da würden wir hier hinkommen, bei der Media im Hyliatal, da oben, ich an der Ecke. Da müssen wir eigentlich nicht reinspringen. Ich wollte gerade sagen, ist da irgendwo ein Krog, ne? Was haben wir da noch? Ah, er hier, okay. Ja, ich würde sagen, schauen wir erstmal oben weiter. Genau in Richtung der Spitze des Hylabärs. Ja. Bis jetzt soll nix Interessantes eigentlich, oder? Kann sich natürlich noch ändern. Ich hoffe ja, dass hier zumindest ein Schrein ist, irgendwo hier oben an der Ecke. Beim Berg. Ja. Also man hört auf jeden Fall den Sensor. Müsste eigentlich irgendwo ein Schrein sein an der Ecke. Die Markierung oben habe ich ja nur so gesetzt, damit ich weiß, wo ich hinrennen muss. Ja, klettern wir erstmal hoch. Dann muss ich dann schaffen. Leider natürlich nicht. Nicht wahr, oder? Rutsch ist sogar ganz runter. Eigentlich gut. Wir sagen dann, ohne hoch zu springen, haben wir so hoch. Mal schauen, was auf der Spitze des Höherbergs ist. Also ein Schrein, dann müsste eigentlich vorne rechts reden irgendwo sein. Oder direkt auf den Berg. Also ein Krog ist auf jeden Fall da. Die Krog-Maske rascheln. Also irgendwo hier ist ein Krog, okay. Denkt man bestimmt ganz oben auf der Spitze, oder? Aber hier ist auf jeden Fall was das. Oh, wir haben auf jeden Fall noch ein Schwertchen. Den Königs Zweihänder. Würde ich sogar sagen, lege ich den Exhal-Boomerang einmal weg. Und nimm den mit. Hat der Stein irgendwas zu sagen, oder? Und hier ist bestimmt der Krog. Ja, easy. Somit direkt entdeckt. Oho, du hast mich gefunden. 56 Krogs haben wir übrigens insgesamt jetzt. Es werden immer mehr auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Sonst ist hier nichts. Zumindest hier oben im Moment. Dann könnte man eigentlich schauen, bis in der da in der Ecke. Ich vermute mal, der Schrein ist irgendwo hier in die Richtung. Irgendwo an der Ecke, oder? Könnte man noch schauen. Das wäre dort die Ecke, okay. Das Stein hier oben hat anscheinend nichts zu sagen, okay. Ich springe erstmal da runter. Und schaue hier mal so Busche rum. Wo soll hier ein Schrein sein? An die Richtung. Müsste irgendwo in der Richtung sein, okay. Dann können wir eigentlich die Markierung direkt weg machen. Irgendwo in der Richtung von dort kamen wir eigentlich. Dahinten ist auch der Tempel der Zeit. Wo wir auch drin waren. Beziehungsweise die Ruinen des Tempels der Zeit. Dann schauen wir mal kurz hier rüber. Hier an der Ecke sind es auch nichts wirklich interessantes, oder? Dann gehen wir erstmal in der Richtung weiter. Mal schauen, was wir hier so finden. Hier vorne fängt auch schon der Plus an. Ich muss mal kurz schauen, wenn der Sensor jetzt gleich anschlägt, irgendwo in der Nähe, tiefer stand er eben. Also Schreien in der Nähe, aber tiefer. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal. Müsste ja nicht hier unten sein, oder wie. Ich glaube, ich springe hier einfach mal runter. Und schau mal. Hä, wo soll hier der Schrein sein? Da steht nur tiefer, aber wo? In der Richtung? Okay. Müssen wir auch schauen. Ich glaube, wenn wir ins Wasser gehen, sterben wir, oder? Schauen wir uns erstmal hier rüber. Ja, verlieren wir auf jeden Fall sehr viel Energie. Oha. Ist tatsächlich auch so wie in Brassos im Wald. Eisiges Wasser hier am Bodenfluss. Na, jetzt sind wir wieder richtig. Also die Richtung, der Sensor schlägt wieder anders. Das heißt, wir klettern hier erstmal hoch. Also irgendwo tiefer, oben war auf jeden Fall nix. Okay. Ich denke mal, den werden wir auch schon finden. Wäre dann der zweite Schrein auf dem Plateau hier. Brauchen wir doch, dass wir den finden. Ja, wie gesagt, demnächst schauen wir auch ins letzte Gebiet. Hinten Richtung Angel steht. Da haben wir auch richtig, richtig Bock drauf eigentlich. Sehr gerade, ja super. Komm natürlich nicht hoch, kann ich sagen, oder? Ja, wir gehen hier in die Ecke rum. Ja, und wie gesagt, das Heldenschwert. Müssen wir auch schon, dass wir das auf jeden Fall auch in Angriff nehmen. Und dann können wir, wenn wir die ganze Karte aufgedeckt haben, auch nochmal zurück in andere Gebiete. Weil wir haben ja noch so viel Aufgaben überall. Ich sehe gerade die Richtung, ne? Oh. Jetzt sagt er die Richtung. Hä? Muss ich nicht verstehen. Kann das sein, dass hier unten hinter dem Wasserfall irgendwie... Dass er da versteckt ist? Oder hier an der Ecke da hinten. Das könnte natürlich auch sein. Ich würde sagen, wir rennen da erstmal hier rum. Hm, da oben so ein paar Felsen. Ja, diese Richtung, also dort so. Oha, hier liegen sogar so ein paar Totenkopfpässer. Klar. Und dann netzelt mich direkt. Und will sogar gerade das nächste Fass holen hier. Hat sich aber, glaube ich, ja. Selber gerade zwischen abgefackelt gerade, oder? Und direkt tot einmal. Ja, nimm mal die ganzen Sachen mit. Und hier haben wir schon hoch. Komm mal da so hoch, wenn wir schnell hoch springen, glaube ich, ja, ne? Oha, hat geklappt. Äh, in der Nähe tiefer, sagt er hier. Also hier oben, wenn ich jetzt hier hoch rennen würde, das wird nix bringen. Da oben an der Ecke waren wir eh und je. Okay. Ähm. Hier an der Ecke, aber tiefer. Okay, vielleicht hier unten an der Ecke. Super. Wo ist hier der Schreien? Dann schau ich nur mal hier hinten an der Ecke. Also auf jeden Fall tiefer, sagt er. Das ist ein Sensor. Kann man da unten irgendwie durch an der Ecke? Mal kurz schauen. Ohm. Also die Richtung ist richtig, wenn ich so schaue. Aber tiefer, sagt er. Ohm. Mal kurz schauen. Also hier wäre ja nix. Da ist kein Gang oder so, wo man rein könnte. Hä, wo soll der Schrein sein? Ich habe keinen Plan. Ich schaue mal kurz hier hinten an der Ecke hoch. Na, schau ich das noch? Ich glaube schon, oder? Ja, würde ich sagen, suchen wir mal einen Busch. Dann können wir wirklich auch schauen, ob hier irgendwo Crocs sind in der Nähe. Wer weiß. Vielleicht raschelt die Maxfield gleich noch. Hier liegt irgendwie so Pelsen rum. Ja, und hier an dem Abgrund, da sind wir rein im letzten Part, den wir hier sehen. Also ich renne erstmal hier so weiter rum. Hm. Also auf jeden Fall die Richtung. Da war ja auch irgendwie noch so ein Rätsel mit diesem Schloss-Tor. Was die Statue auch sagte, in den Ruinen, der Tempel der Zeit. Und keine Ahnung, wo hier ein Schloss-Tor sein soll. Ich meine, jetzt wollen wir mal kurz schauen. Wir sind ja hier an der Ecke, okay. Und in die Richtung soll er schreien sein. Jetzt hört er wieder gerade auf zu piepen, okay. Ey, da piept er nicht mehr. Die Richtung wieder, okay. Hä? Hier sind wir doch eben langgerannt. Hier hört er wieder auf zu piepen. Die Richtung in der Nähe, aber unten. Das kann ja nur hier sein an der Ecke dann. Moment. Kann man die Ecke hier irgendwie sprengen? Die sah gerade eben so komisch aus. Hä, muss ich nicht verstehen. Oder doch hier drin. Das, ach, ich sehe gerade, da ist ein Rumi da drüben. Ah, okay. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hoch gleich. Wir sterben eh noch. Also da ist ein Rumi an der Ecke, wie man sieht. Das heißt, da ist eine Höhle, wo bestimmt auch der Schrein drin wäre. Ja, direkt erneut versuchen. Zumindest wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Eigentlich gut versteckt. Aber dank Sensor auf jeden Fall zu finden, das Teil. Der Schrein. Ich sehe noch, Fogu schrieb noch einen Abendchef. Ja, schön, dass du reinschaut. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wir sind hier gerade am Höhleberg unterwegs auf dem vergessenen Plattruch. Und suchen gerade einen Schrein, weil der Sensor am Piepen ist. Den habe ich jetzt auf jeden Fall so einigermaßen gefunden. Beziehungsweise da vorne ist so ein Rumi, wie wir eben gesehen haben. Das heißt, hier an der Ecke, hier müsste auf jeden Fall eigentlich eine Höhle sein. Schnuppern wir natürlich direkt hin. Also am Totenfluss hier irgendwie da vorne. Ja, schön, dass du reinschaut. Sehr cool. Gestern waren wir auch schon auf dem vergessenen Plateau unterwegs. Haben wir den Schrein des Lebens und so gefunden. Auch mega cool gewesen mit der neuen Bauplansteinplatte. Ja, hier wie wir sehen ist der Rumi. Und Tatsache, da ist die Höhle im Moment. Wir würden sagen, erstmal die Eisfrüchte noch schnell mitnehmen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall so einen Gang. Und der führt hinter dem Wasserfall rum. Und das wäre dann Totenfluss Wasserfallhöhle. Oh, sehr cool. Mega geil, würde ich dazu sagen. Das heißt, hier hat sich doch einiges verändert seit Brasserswald. Auch mit dem Schrein des Lebens. Mega cool im letzten Part. Hier ist so die Frage. Soll ja alles ausleuchten? Und wenn jetzt irgendeine mysteriöse Ecke sehen, leuchte ich die auf jeden Fall aus, oder? Ein paar Leuchtsamen sind hier auch. Okay, das ist schon mal gut. Deshalb muss ich mal schauen. Buschen ausleuchten könnte man auch. Und hier natürlich das Vieh. Direkt drauf, da würde ich sagen. Und sie werden weggekriegt. Ja, und hier ist tatsächlich auch der Schrein dann in der Höhle. Der Tadarok und Schrein wäre das. Mehr ist hier nicht. Aber hier ist auch ein Rumi reingerannt. Das heißt, eigentlich müsste hier irgendwo auch ein Majoy sein. Und zumindest meistens eigentlich schon. Wenn Rumi reinrennt, haben wir hier irgendwo eine versteckte Band. Kann das sein? Jetzt wollen wir mal kurz schauen. Oder am Rückweg. Die Kiste übrigens. Ah, ich sehe gerade da hinten. An der Ecke hängen mal, Majoy. Hier haben wir Ritterschild. Nimm das hier auch gerne mit. Obwohl, nö, nicht unbedingt. Doch hier, das könnte weg. Hat weniger Abwehr. Das heißt, den hau ich weg. Ja, da ist der Rumi. Hier oben hat er sich verschreckt. Auch sehr cool. Das heißt, direkt nächstes Majoy-Signal. Da haben wir jetzt übrigens elf Stück wieder. Müsste man auch schauen, dass man demnächst nochmal zu Colton geht. Mit dem Geistergewand. Aber jetzt schauen wir natürlich erstmal in den Schrein rein. Ich bin schon gespannt, wie die Aufgabe wird. Ja, mal schauen. Wie gesagt, wir können demnächst auch, wie gesagt, zum Gebiet hinten mal angeln. Steht, hätte ich auch Bock drauf, dort hinzugehen. Das wäre Feuer und Wasser. Die Aufgabe hier, okay. Feuer und Wasser. Hier haben wir einen Block. Könnte man bewegen. Denk mal, einfach mitnehmen. Erstmal so rüber, oder? Da unten liegen noch Kugeln. Da könnte man auch irgendwie mitnehmen, okay. Ich weiß nicht, ob ich die brauch, die Kugeln. Okay, hier eigentlich nur so rüber mit dem Block. Aber was bringen die Kugeln? Warum hängen die da so? Ich denke mal, die brauchen wir hier noch, oder? Kann das sein? Da ist irgendwie eine Kiste, die am Fackeln ist. Ich denke mal, da müssen wir den Block mitnehmen. Erstmal müssen wir sowieso über die Lava rüberkommen. Weiter so rüber, ja, eigentlich schon. Aber hier ist wieder gefährlich, Moment. Müsst ihr eigentlich mit Wasser, ähm... Einmal ein bisschen löschen. Dann können wir wenigstens hier rüber. Okay, was bringt das? Und hier haben wir jetzt so eine Kisten. Ja, wofür sollen wir die gebrauchen können? Hier wäre Wasser. Oder Kiste löschen? Schauen wir mal. Ja, können wir löschen. Aber wofür brauche ich die Kisten dann? Hm. Ich würde sagen, erst mal eine mit rübernehmen. Keine Ahnung, wofür ich die brauche. Schauen wir mal. Ja, klar. Und spring natürlich in die Lava. Komm nicht direkt rüber, super. Dann würde ich sagen, lieber die Plattform einfach so rüberholen, oder? Nee, das ist dann nochmal reinfallen. Okay, da sehe ich gerade, kommen zwar auch Kisten, die schmelzen, also sind Eisblöcke. Aber ich sehe gerade hier, ist eine Truhe. Kann man so nicht greifen, okay. Komm. Ich vermute mal, da müssen wir die hier nehmen. Ja, aber im Holz können wir, glaube ich, hochklettern, an einem anderen Block nicht, ne? Nee, hier kann man auch nicht hochklettern. Super. Obwohl, ich könnte natürlich auch hier so eine Plattform nehmen. Ja, die Truhe wollen wir natürlich auch auf jeden Fall haben. Das heißt, schauen wir mal. Eigentlich das Teil so nur verbinden. Und dann so ran hier. Das heißt, Truhe haben wir schon mal. Mit massiven Sonanium-Schild. Ja, hauen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, das hier ist mal weg, oder? Nehmen wir das andere mit. So, und hier muss man irgendwie hoch. Das steht im Moment unter Strom hier. Aber wenn ich die Kugel rausnehmen, wäre kein Strom mehr. Dann fange ich die da hin. Okay, da müsste man nur schauen, dass man das Feuer oben weg macht. Soll ich eigentlich nur einen Block mitnehmen. Soll ich sagen, erst mal da oben so hinballern, da. Ja, so. Dann eigentlich nur hoch, oder? Moment. Und das Teil mal mitnehmen hier. Ich glaube, das haue ich da erst mal so mit hin. Und dann eigentlich mit Deckensprung hoch. Ja, muss ja klappen. Dann haben wir, glaube ich, den Schrein sogar gleich schon abgeschlossen. Da ist hier einmal drauf. Und hier schauen, dass wir irgendwie... Das Teil auch noch hier so ranhängen. Ah, der Kipp. Das ist nicht gut. Klar, die Kiste ist am Fackeln, kann ich sagen. Ohm. Nicht gut. Ich glaube, da kommen wir doch nicht so einfach hoch, wie ich erst dachte. Aber mit der Plattform, die wir da jetzt hängen haben, müsste man schauen hier. Ah, gefährlich. Ich würde sagen, Würfel erstmal... Ah, so hin. Dann erstmal wieder hoch. Das ist auch wieder ganz schön befronte Arbeit hier. Eigentlich ja mit dieser Platte hier. Mit der Platte von da oben kommen. Ich würde sagen, erstmal wieder irgendwie drauf. Aber... Das Teil möchte nicht stehen bleiben, oder? Okay, erstmal drauf. Und dann das hier oben irgendwie dran. Super. Jetzt hänge ich hinter dem Teil. Auch nicht schlecht. Einmal so hoch. Da kommt man trotzdem noch nicht ran. Das ist noch höher, okay. Super. Aber man müsste, glaube ich, doch noch einen Block mehr herholen. Schade, dass die Kiste weggefackelt ist. Das ist natürlich sehr... Sehr ärgerlich. Kann ich den Block von oben greifen? Moment. Wenn ich den jetzt nehmen würde... ... und dann nach oben hochziehe, das müsste ja gehen, oder? Wenn ich den Eisblock würde, würde ich jetzt nicht nehmen, der würde auch schmelzen, wenn das Feuerlauch hochkommt. Versuche einfach mal, das Teil hochzuholen. Ne, kann ich nicht greifen. Ärgerlich. Moment, sonst hol ich mir doch so einen Eisblock. Hau den Eisblocker ins Wasser. Hau den Eisblocker ins Wasser. Das heißt, so... Nein. Jetzt schmilzt er wieder. Okay. Das heißt, jetzt einfach schnell mitnehmen, das Teil. Erstmal kurz unten rein. Dann können die Däner erst mal wieder mitnehmen, hier. Und somit habe ich zwei von denen da oben. Ganz schön kompliziert gemacht, die Ecke, hier oben. Ich würde sagen, wir gehen erst mal hier so hin. Ja, jetzt bräuchte ich aber eigentlich die Platte von da oben wieder, ne? Ja. Ich würde sagen, erst mal irgendwie so verbinden. Ohm. Oder halt oben dran. Wird natürlich auch gehen, Moment. Wenn die Kameraperspektive natürlich mitspielen würde. Ja, ich würde eigentlich nur so ran oben. Und dann können wir so mit Deckensprung erst mal machen. Hau mich da irgendwie hoch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber irgendwie werde ich schon hochkommen, glaube ich, oder? Eigentlich schon sehr komisch gemacht, hier. Okay. Ich würde sagen, den erst mal lösen. Ja, die Plattform erst mal so. Dann könnte man da den unteren nehmen. Und ich würde sagen, den hier noch so, Mann. Na, fast. Das ist nicht wahr, oder? Jetzt sind wir fast oben, aber nur fast. Ich würde sagen, so sonst ran. Schauen wir mal. Klar, und der kippt natürlich zur Seite. Wegen dem Gewicht. Das war gar nicht gut. Wie soll ich das sonst am besten machen? Oder ich verbinde das Teil hier so, Moment. Was mir gerade einfällt, ich könnte ja hier gleich mit Deckensprung ins Buch. Wenn ich den jetzt so gerade mache, so rüberhole. Und jetzt mit Deckensprung, genau. Dann ist so das ärgerliche. Bräuchte, wenn man auch so glaube ich sogar noch einen Block, oder? Ich glaube, da kommen wir immer noch die Rande. Ah, nicht gut. Also eigentlich ist das, was ich hier gerade gebaut habe, eigentlich falsch. Müssen wir nochmal schauen. Ja klar, jetzt fällt der Werfel auch noch runter. Ich glaube, das ist gar nicht so easy. Totale Fummelarbeit hier beim Schreien. Oder ich baue mir noch mehr von den Dingern hier im Moment. Was mir gerade einfällt. Ich könnte dann noch vom Wasser ein bisschen mehr, äh, von der Lava hier eigentlich sogar ein bisschen mehr löschen. Jetzt habe ich ja noch so eine Plattform. Wäre eigentlich sogar sinnvoller, oder? Wenn ich da oben mit den Blöcken handpiere. Okay, hier erstmal hoch. Ja, passt eigentlich. Wenn ich den jetzt oben auch noch habe, dann kommen wir auf jeden Fall hoch. Ich würde sagen, erst mal gleich oben verbinden. Dann ist noch ein bisschen rüber. Und den sonst zur Not auch nochmal mit hoch. Also mit den zwei Platten sollte es auf jeden Fall klappen. Und mein, komme ich hier so hoch? Ja, eigentlich. Na, das ist nicht wahr. So, eigentlich müsste es gleich klappen. Weil wir haben ja zwei Platten. Die müssen wir jetzt so nach und nach alles schön verbinden und so ein Kram. Ängelich ist so gerade mit den Blöcken im Arm. Aber wieso nicht hoch, ne? Super. Müsste ich erst wieder oben eine Platte lösen. Klar. Und facke ich hier halbwegs noch ab. Dann ist noch mal weg. Nicht wahr, oder? Jetzt fällt die eine Platte noch runter hier. Das ist schon ärgerlich gemacht hier oben mit der Kameraperspektive hier. Was für eine Fungelarbeit. Ich würde sagen, die Platte erst mal oben mit verbinden. So, jetzt gleich einmal hoch. Und wenn man dann drauf stehen bleiben können, könnte man hier die Teile verbinden. Ich würde sagen, den einmal lösen. Da brechen natürlich beide ab, ne? Oh. Irgendwie will das nicht so, wie ich das möchte. Ich würde sagen, erst mal so hin. Komm jetzt Stück für Stück immer weiter hoch hier. Komm. Wenn das dann klappen würde. Und der müsste eigentlich schon so stehen bleiben, da. Ah, nein. Kann nicht sein, oder? Die Ecke ist mega komisch gemacht. Oder? Mega komische Ecke hier. Kann man hier wenigstens hoch, ja? Das heißt, hier könnte ich sogar am Block so hoch. Also eigentlich so wieder hoch. Ja, das müsste ich eigentlich nur anders setzen, hier, ne? Ich würde sagen, wenn dann da hinten am Block. Aber Moment, ich kann den auch so machen. Dann so setzen und oben die Platte ran. Genau. Jetzt mit Beckensprung hoch. Dann den anderen Würfel hochholen, den anderen Block. Der möchte natürlich wieder nicht gehen, oder wie? Ist nicht wahr, oder? Mega komisch. Jetzt komme ich an den Würfel nicht ran. Mega komisch gemacht, oder? So, ich mache das von hier, Moment. Ich brauche dann einfach so ran, genau, Moment. Jetzt haben wir den wenigstens hier oben. Müsste ich den nur ein bisschen runter machen, oder? Ich würde sagen, ungefähr so, oder? Ja. Das heißt, wir haben es endlich geschafft, nach gefühlten 100 Jahren Hummelarbeit sind wir irgendwie hochgekommen. Mega cool, da oben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie anders gedacht war mit den anderen Blöcken, weil da waren noch Eisblöcke und diese Holzkiste und so, die wir ja gesehen hatten vorhin. Aber wir haben es geschafft und somit uns nach gefühlten 100 Jahren hochgebaut. Oh, Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, er es bisher geschafft zu haben. Ja, mega, mega cool auf jeden Fall. Nun soll das Reinigen nun richtig erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Ich würde sagen, das einmal überspringen. Ich weiß gar nicht, wie viel Segenslicht haben wir im Moment. Jetzt wieder vier. Ah, okay. Das heißt, wir können sogar einen weiteren Herzcontainer holen. Das passt eigentlich. Möge das Segenslicht der Kraft schenken. Ja, ich hoffe, er hat noch. Ja, nice. Dann haben wir die Höhle hinter uns. Den Majoy haben wir eingesetzt. Ja, das heißt, es ist Majoy, Schrein, in der Höhle, alles mitgenommen. Was eigentlich sehr cool ist. Da haben wir sogar noch ein bisschen Zeit, sich gerade für den Part. Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Also, wir können auch wieder von weiteren Herzcontainer holen. Ich würde sagen, hier ein Leuchtsablauf mit einem März, hier in der Höhle nicht noch. Das passt eigentlich. Wenn ich jetzt mal kurz auf die Karte schaue. Ja, im letzten Part waren wir jetzt ja hier schon überall, teilweise überall unterwegs. Ich glaube nicht, dass hier noch mehr Schreine sind. Obwohl, wir haben hier noch die östlichen Tempelruinen, wo wir noch hinrennen könnten. Und dann eigentlich hier oben. Ich würde sagen, das machen wir noch. Da wir noch hier sind, dann müssen wir nur wieder raus aus der Höhle. Stimmt. Dann rennen wir da mal hin. Und dann da oben hoch. Und dann erkunden wir somit erst mal ein bisschen das vergessene Plateau ein bisschen weiter hier. Ja, hier beim Wasser ist es wieder ärgerlich. Dann dürfen wir am besten nicht reinspringen. Zur Eisee. Dann würde ich sagen, einmal oben hoch. Irgendwo an der Ecke würde ich sagen. Ja, wie gesagt, Richtung der östlichen Tempelruinen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch ein Schrein wäre. Wäre natürlich auch sehr cool. In die Richtung noch. Hat er ja markiert auf der Karte. Müssen wir eigentlich so hinten durch. Okay. Da ist auch so ein Stein. Ach stimmt, hier unten sind wir vorhin rumgerannt. Also eigentlich nur rüber. Und direkt zu den Tempelruinen. Mal schauen, vielleicht erwartet uns doch noch irgendwas Interessantes. Im Abgrund, wie gesagt, müssen wir nicht rein. Da waren wir am letzten Platte unten unter dem vergessenen Plateau. Und könnte ich hier gemütlich, wie gesagt, diese beiden Regionen jetzt noch in Angriff nehmen. Was war das da hinten noch für eine Brücke? Ach hier. Die Hülya-Inseln haben wir dort. Und den Hülya-See. Da waren wir übrigens auch noch gar nicht unterwegs an der Ecke. Auch hier der Prärie von Fironik. Und da müssen wir auch noch überall rumrennen. Mega, mega cool. Was wir eigentlich noch alles so haben. Aber erst mal, wie gesagt, schauen wir mal, dass wir hier Richtung der östlichen Tempelruinen gehen. Was ist das da unten noch? Hm? Schauen wir mal. Was wäre hier dann noch? Auf jeden Fall ein Krog ist auch in der Nähe. Ich hätte mal doch in der Mitte landen sollen. Super. Hier sind überall so eine Stachel. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus, glaube ich, hier das Gebäude. Kann das sein, dass... Das war doch damals beim Brasser so weit das Haus von dem alten irgendwie. Neu, hier von dem König damals. Den älteren König. Der hier als Geist rumschwerte. Die kommen ja am besten rein. Ich würde sagen, hier oben rüber. Über Bäumchen rüber. Ich sehe schon, hier ist auch der Eingang da auf der Seite. Schauen wir mal. Okay. Ach, das ist... Das ist ein Versteck der Jäger. Oh, was zum... Wer ist da? Es ist Link. Link ist hier. Auf zum Gegenangriff. Oha. Was heißt, hier haben wir jetzt ein Versteck von denen, okay? Und... Er haut mich direkt um, okay? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so ein Versteck für Mulde ist. Das ist ein Versteck mit Zweihand-Axtraue. Die Großen sind ja ein bisschen härter hier, ne? Er hier zum Beispiel. Und dann fortet sich wieder weg. Übrigens, wenn man die ganzen Geister aktiv hat, so wie jetzt gerade, die hier alle mit rumrennen, ist das eigentlich schon ein bisschen unübersichtlich, oder? Ich bin ja nicht eigentlich an der Stelle. Aber trotzdem cool, dass sie mithelfen wollen kann. Haben wir alle, ja. Das heißt, die beiden... sind besiegt und wir können, glaube ich, ins Heuschen reinschauen. Schauen wir mal. Ich will doch nur gehen. Na? Ach. Was haben wir hier? Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Was? Du hast die Jägerbande vertrieben? Das heißt, ich kann jetzt nach Hause gehen? Juhu! Ich kann eigentlich gar nicht gut nähen, aber die Jägerbande hat mich gezwungen, diese komischen Klamotten anzufertigen. Und warum und wofür? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber wahrscheinlich sind sie wegen meiner schicken Sagono-Kleider auf mich aufmerksam geworden. Ach, ich will nicht, dass sie dieses von mir gefertigte Teil kriegen. Aber mit mir herumtragen will ich es auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Du kannst das Teil haben, wenn du willst. Ja, mega cool. Das heißt, wir haben jetzt hier die Jägermaske, okay? Eine Maske, die sie jedes Mitglied der Jägerbande trägt. Sie bedenkt das ganze Gesicht und reduziert so Atemgeräusche, um perfekt zum Schleichen. Bietet aber nur wenig Schutz. Sie scheinen der Jägerbande wirklich wichtig zu sein, aber mir sind sie eher ziemlich egal. Außerdem habe ich mich sowieso schon so gekleidet, damit ich einem Mädchen meine Gefühle gestehen kann. Sie heißt Nobo und ist wirklich süß und auch so modebewusst. Sie müsste jetzt in einem der Stelle sein. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ich werde sie sicher finden. Wir sehen uns und such dir auch jemanden zum Liebhaben. Mega cool bei der Jägermaske. Da fällt mir gerade ein, wir hatten da mal so ein Versteck gesehen, oben beim Gerudo-Teil, wo wir nicht reingekommen sind. Ich denke mal, wenn man irgendwann das komplette Set hat, dann könnte man vielleicht sogar dort reinkommen, oder? Ich muss hier mal kurz nach Set sortieren. Ja, wir haben ja den Jägeranzug und hier jetzt die Jägermaske. Das heißt, es fehlt nur noch das Beinschutz von der Jäger. Also der Jägerbeinschutz. Mega, mega cool. Wenn ich das mal kurz ausrüste. Mega geil. Das heißt, so könnte man dann als Jäger rumrennen. Eigentlich sehr, sehr cool. Aber erstmal mal natürlich Krop-Maske wieder hier. Und wieder abends hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir noch so ein Highlight hier finden. Wir haben ja noch übrigens ein Buch. Das Jägerbandenbuch lesen. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Das wäre der Bandenrundbrief. Abteilung für Bandenrundbriefe. Hauptquartier. Strengst vertraulich. Punkt 1. Neue Einsatzfahrzeugmodelle. Die Forschungsabteilung stellt zwei neue Untergrundeinsatzfahrzeugmodelle vor. Das PIX-Mobil und Todesschlitten. Hört sich schon mal mega cool an. Bei Beschädigung eines Einsatzfahrzeuges ist unverzüglich Kontakt mit Kollegen aus der Forschungsabteilung aufzunehmen. Kann man die später irgendwann nachbauen? Das wäre ja geil. Punkt 2. Einführung neuer Mindestqualifikationen. Mitarbeiter am Spiel nasetechnischen Außendienst haben verpflichtend, die Erdmanipulation zu beherrschen. Hinweis. Fortbildungen zum Erlernen der Erdmanipulation erfolgen ausschließlich im Trainingsbereich des Hauptquartiers. Wo wäre das überhaupt? Das würde mich natürlich auch interessieren. Das Hauptquartier ist der Jäger oder wie? Das kennen wir auch noch gar nicht noch. Wie gesagt, im Gerudo-Teil hatten wir mal so eine Tür und sind da nicht reingekommen. Und der Jäger-Offizier sagte irgendwie, dass man ja kein Jäger ist. Ich denke mal, wenn man das komplette Jäger-Set hat, könnte man dort eventuell sogar reinnehmen, diese Tür, was man da mal gesehen hat. Hier haben wir übrigens noch so eine Karte. Ah, Moment. Ich sehe gerade, hier oben rechts ist er eigentlich. Das hatten wir auch mal gehabt. Ich glaube, das ist so eine Art Jäger-Karte, wo sie ihre Basen haben, oder? Kann das sein? Oben in der Mitte. Also hier irgendwo müsste er auch noch am Posten von denen sein. Weil ich hier bei dem Abgrund bei der Ulmo anhöre. Aber das Jäger-Beinschutz fehlt noch, das hätte ich natürlich auch sehr gerne irgendwann. Und hier ist er irgendwo ein Krog. Ich denke mal, oben auf dem Haus, oder? Mehr ist hier, glaube ich, nicht drin. Hm. Das heißt, hier können wir eigentlich zumindest das Haus kurz verlassen schon mal. Ich denke mal, der Krog ist bestimmt hier oben drauf irgendwo. Da wäre das, die Frage, wo der ist, ne? Also kochen könnte man hier vorne noch. Was ist das überhaupt noch hier? Das ist auch nur so ein Kass. Irgendwo hier ist noch ein Krog versteckt. Wo? Wo? Schauen wir mal kurz ums Häuschen rum. Hier, Holz könnte man hier auch noch fahren, aber... Brauchen wir eigentlich eher nicht, oder? Einmal sehe ich hier irgendwas? Wo soll hier der Krog sein? Hm. Da liegt nur ne Heugabel. Und übrigens... Moment. Ich dachte gerade, die Krogmaske raschelt nehmen, aber raschelt noch okay. Da ist, da könnte er überall hier drumherum auch sein, der Krog, ne? Schauen wir mal ums Haus kurz. Gute Frage. Oder hier links, sehe ich gerade. Hier ist ja so ein Felsen. Ich will da eigentlich nur rüber und werde getroffen von den Stacheln, von dem Kriegser hier. Ach, hier sehe ich gerade. Hier sind so ne Dinger. Ich glaube, da müssen wir Alpeln reinpacken, oder? Haben wir aber gar nicht. Ich denke mal, da müssen wir ne Opfergabe bringen. Ähm... Hier ist nur Goldäpfel, noch Typ. Eine Banane. Super. Oder ich packe da irgendwas anderes rein, wie hier die Pilze. Funktioniert das? Schauen wir mal. Hauen wir mal die Pilze rein. Eigentlich muss man da Äpfel reinfangen. Denke ich mir mal. Hauen wir mal Pilze hin. Ne, geht natürlich nicht, super. Oder den noch ein bisschen anders hinlegen in allen. Ne, schade. Also mit Pilzen geht das nicht auf jeden Fall, okay. Schade, wir haben keine Äpfel im Moment. Dann würde ich sagen, mache ich hier auf der Karte einmal direkt Hochsymbol. Wir haben auch so ein paar weitere markiert, wie hier zum Beispiel. Und hier, wo ich nicht wusste, wie ich den kriegen soll. Mit dieser Blume, mit dieser Pusteblume. Dann würde ich sagen, könnte man nicht hier eigentlich noch in diesem Part direkt hier hochschauen. Sehr cool, dass wir hier noch hergeschaut haben. Hätte ich nicht gedacht, dass uns hier ne Jägermaske erwartet. Mega, mega cool. Aber hier sind auch wieder drei von denen. Hm. Aber ohne Opfergabe. Das ist ja ohne so ein Teller vorne. Ja, wir sagen, schauen wir hinten nochmal schnell runter. Ach, hier sind Äpfel zig gerade. Oh, sehr cool. Das heißt, einmal schon Baum fällen. Und direkt nochmal dahin wieder. Das heißt, wir können den Krog wahrscheinlich doch mitnehmen. Können wir eigentlich die Markierung gleich wieder wegmachen. Stempel löschen. Okay, mit Äpfel müsste es auf jeden Fall klappen. Dann da auch nochmal einen rein. Auch wenn das so passt. Da nicht ganz drin im Teller, ne? Hm, super. Klar, wieder nicht richtig reinbekommen, okay. Noch ein Stück da vorne. Ah, jetzt ist er drin. Okay, dann nur noch den hier. Oder muss man hier vielleicht keine Äpfel reinhauen? Schauen wir mal. Da sind drei Äpfel drin. Ah, dann denke ich mal, müssen hier Bananen rein. Weil das ja von den Jäger ist. Könnte sein, dass da dann Bananen rein müssen. Statt Äpfel, oder? Hm. Also Äpfel gehen auch nicht. Dann natürlich erst mal hier wieder Krogs haben, weil wir den nicht haben. Okay. Keine Ahnung. Wie gesagt, eigentlich muss man da immer Äpfel reinhauen, wie man es da kennt. Bei den meisten Krog-Rätseln. Und hier denke ich mal, eventuell sonst, Bananen. Ich habe mich verehrt. Sagt er hier noch. Also bestimmt ein Jäger, ne? Denke ich mir mal. Hier sind auch wieder drei so eine Statuen. Schauen wir mal. Ich habe mich verehrt, sagt er. Ja, ist glaube ich ein Jäger hier. Entschuldigung. Ich habe gehört, in dieser Gegend gäbe es ein Stützpunkt der Jägerbande. Weißt du da mehr? Wir haben auch schon erdeckt. Wenn das stimmt, sollte ich mich von diesem Ort lieber fernhalten. Ich weiß, wo er ist, kann ich mal. Oder ich weiß nicht, wo er ist. Was machen wir da? Das ist gerade die Frage. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich mache einfach, ich tue so, als wäre ich es nicht wüsste. Wirklich? Ich hätte schwören können, dich schon mal in der Gerudo-Wüste gesehen zu haben. Aber wenn du dich auch verlaufen hast, dann kann ich dir vielleicht den Weg zeigen. Den Weg zu meinem Meister. Okay. Zumindest kriegen wir, glaube ich, eine Banane, wenn wir ihn haben. Stimmt, dann die Jäger lassen aber meist Bananen. Hallo. Komm, wir haben da ein paar mehr. Ja, nur eine. Super. Dann haben wir zwei Bananen. Eine weitere, dann könnte man das mit dem Krok irgendwann versuchen. Aber schau mal, wie gesagt, erst mal hinten rum weiter. Ja, hinten Richtung. Also hier, zu diesem Abgrund, dann könnte man den noch frei machen. Moment. Wir sind noch gar nicht hier bei den Tempelruinen gewesen. Da sind die Tempelruinen. Und hier beim Häuschen, dann schauen wir erst mal rechts rum. Wenn wir schon noch hier sind, schnuppern wir hier auch noch weiter rum. Ja, in diesem Part haben wir jetzt zumindest einmal den Hyliaberg erkundet. Beim Totenfluss da hinten die Höhle und den Schrein entdeckt und das Häuschen hier bekommen. Mit der Jägermaske. Mega cool auf jeden Fall. Bei den Tempelruinen müsste man schauen. Dann wären wir hier vorne schon. Ich wollte gerade sagen, was ist das da hinten? Das ist noch nie eine Mauer. Okay. Ich glaube, an den Mauern hier übrigens könnte man zwar auch außen rumrennen, aber da ist glaube ich nichts Interessantes, oder? Ja, das wären die Tempelruinen und da hinten, wie gesagt, ist da so ein Abgrund. Aber ich hatte eben schon gesehen, wir haben gleich eine Stunde rum. Ja, ich würde sagen, wir legen an dieser Stelle eine Pause ein. Schauen dann im nächsten Part auf jeden Fall hier nochmal kurz hin. In den Abgrund müssen wir nicht rein. Das kennen wir ja von unten aus dem letzten Part und so. Danach auf jeden Fall hier nochmal kurz hoch, was da noch wäre. Und dann könnte man eigentlich schauen, dass man eventuell hierher geht. Wie gesagt, ich wollte da wahrscheinlich auch ins nächste Gebiet. Ja, wegen Angel steht und so weiter. Da hätte man auch die ganze Karte aufgedeckt. Und wenn wir das natürlich haben demnächst, dann könnte man natürlich schauen, ja, dass man noch so andere Sachen macht, wie Nebenaufgaben und dies und das. Wir haben ja noch lange, lange, lange nicht alles gesehen im Game. Ich sehe gerade, ist da hinten ein Schrein. Da ist so eine grüne Ecke da oben. Ich glaube, da ist ein Schrein hier vorne. Und da hinten ist glaube ich auch noch einer. Das heißt, ich denke mal, im nächsten Part haben wir sogar ein paar Schreine noch mit drin. Ja, machen wir eine kurze Pause, wie gesagt. Und ja, bis gleich dann.